Die ersten integrierten Schaltungen im Digitalbereich waren einfache Logik-Gatter mit recht geringem Integrationsgrad. Sie sind auch heute noch verfügbar und wir sehen uns zwei Schaltkreisfamilien an, die im Amateurbereich am häufigsten vorkommen. TTL und CMOS. TTL und CMOS Hallo und herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt und zu einer neuen Videoreihe. Wer schon mal programmiert hat, der kennt die sogenannten bedingten Anweisungen, also IF, THEN. Wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, macht das Programm irgendetwas, wenn nicht, dann macht es was anderes. So ähnlich funktionieren auch Logik-Gatter. Sie kennen am Ausgang nur zwei logische Zustände, 0 und 1, zwischen denen Sie umschalten, in Abhängigkeit davon, was sich an den Eingängen abspielt. In der Elektronik benutzen wir dafür aber die Begriffe Low, also niedriger Pegel, niedrige Spannung, und High, hoher Pegel. Bei TTL und CMOS arbeitet man mit positiver Logik, d.h. Low entspricht der logischen 0 und High der logischen 1. Um die Zustände sicher voneinander unterscheiden zu können, müssen bestimmte Pegelgrenzen eingehalten werden. TTL steht für Transistor-Transistorlogik und wird mit Bipolartransistoren und Widerständen aufgebaut. Standard-TTL-Schaltkreise arbeiten mit 5V Betriebsspannung. Am Ausgang gilt alles unter 0,4V als Low und alles von 2,4V bis zur Betriebsspannung als High. 0 und 5V wird man nicht erreichen können, weil über den Transistoren am Ausgang, auch wenn sie voll durchgesteuert sind, immer eine kleine Sättigungsspannung bleibt. Am Eingang ist alles unter 0,8V Low und Spannungen ab 2V werden als High erkannt. Dazwischen liegt eine verbotene Zone. Zum einen würden bei Spannungen in dem Bereich nicht mehr eindeutig zwischen Low oder High unterschieden werden können. Außerdem sollen die Transistoren ja als Schalter arbeiten, also entweder voll durchsteuern oder voll sperren. So entsteht sehr wenig Verlustleistung, weil entweder der Strom oder die Spannung am Transistor sehr klein ist. Wenn wir die Pegel nicht einhalten, arbeiten die Transistoren wie ein Analogverstärker im Klasse-A-Betrieb. Die Stromaufnahme steigt. Es entsteht mehr Wärme und die Schaltkreise können dadurch auch zerstört werden. Die Standard-TTL-Serie 74 ist inzwischen veraltet und wird nicht mehr hergestellt. Was aber nicht bedeutet, dass es sie am Markt nicht mehr gibt. Die Weiterentwicklungen sind dann entweder wesentlich schneller oder stromsparender. Die Pegel sind mit kleinen Abweichungen gleich geblieben. Deshalb sind die verschiedenen TTL-Reihen miteinander kompatibel und kombinierbar. Die CMOS-Technik wird ausschließlich mit Feldeffekt-Transistoren realisiert. CMOS steht für komplementäre MOSFETs, also P-Kanal und N-Kanal. Es werden keine zusätzlichen passiven Bauelemente benötigt, was eine Integration einfacher macht. Bei der Betriebsspannung ist man hier flexibler. Üblicherweise kann sie zwischen 3 Volt und 15 Volt liegen. Einige Schaltkreise arbeiten auch mit noch geringerer Spannung. Die Pegel hängen jetzt von der Betriebsspannung ab und können nur prozentual zur Versorgungsspannung angegeben werden. Bei 5 Volt liegt der Low-Pegel am Ausgang zwischen 0 und 0,5 Volt und der High-Pegel zwischen 4,44 und 5 Volt. Am Eingang darf der Low-Pegel nicht höher als 1,5 Volt und der High-Pegel nicht unter 3,5 Volt liegen. TTL und CMOS sind damit nicht kompatibel und bei einer Zusammenschaltung muss man die Pegel anpassen. Der größere verbotene Bereich bei der CMOS-Technik macht sie weniger anfällig für Störimpulse. Auch hier gibt es wieder verschiedene CMOS-Reihen, die untereinander kompatibel sind. Beschäftigen wir uns jetzt aber mit der Logik selbst. Die erste Art der Verknüpfung der Eingänge mit dem Ausgang ist das logische UND. Um sich klar zu machen, was passiert, schreibt man sich die Eingangs- und Ausgangswerte am besten in eine Wahrheitstabelle. Die Eingänge bezeichnet man üblicherweise mit den Anfangsbuchstaben des Alphabets und den Ausgang mit Y. Zuerst tragen wir uns in die Tabelle alle möglichen Kombinationen an den Eingängen ein und sehen uns an, wie sich der Ausgang verhält. Liegen beide Eingänge auf Low, ist auch der Ausgang auf Low. Liegt ein Eingang auf Low und einer auf High, ändert sich daran nichts. Erst wenn Eingang A und Eingang B auf High-Potential liegen, schaltet auch der Ausgang auf High. Man kann sich das so vorstellen wie einen Stromkreis, in dem zwei Schalter in Reihe liegen. Erst wenn Schalter 1 und Schalter 2 eingeschaltet sind, leuchtet die Lampe. Natürlich können die Gatter auch noch mehr Eingänge haben. Der Ausgang schaltet erst dann auf High, wenn alle Eingänge auf High liegen. Hin und wieder findet man auch noch das alte Schaltzeichen des UND-Gatters. Man kann den Zusammenhang auch als Formel schreiben. Y ist gleich A und B. Anstelle des logischen UND-Zeichens verwendet man auch einen Punkt. Oder man lässt, wie in der Mathematik auch üblich, das Malzeichen einfach weg. Die LEDs an den Ein- und Ausgängen leuchten immer bei High-Potential. Ein Eingang auf High genügt nicht. Bei der UND-Verknüpfung leuchtet die LED am Ausgang nur, wenn beide Eingangs-LEDs leuchten. Das nächste ist die ODER-Verknüpfung. Bei zweimal Low am Eingang ist der Ausgang auch wieder auf Low. Jetzt genügt es aber, wenn nur ein Eingang auf High liegt, also Eingang A oder Eingang B, dass auch der Ausgang auf High schaltet. Das entspricht einem Stromkreis, bei dem die Schalter parallel liegen. Jetzt genügt ein Schalter, um die Lampe zum Leuchten zu bringen. Auch hier wieder das alte Schaltzeichen und die Formeln. Das ODER-Zeichen ist einfach das UND-Zeichen auf den Kopf gestellt. In der anderen Schreibweise verwendet man ein Plus-Zeichen. Die Symbole sind in meinen Augen leider etwas unlogisch. Ein Plus würde man wohl eher mit einer UND-Verknüpfung in Verbindung bringen. Auch das ODER-Zeichen erinnert doch mehr an ein U. Ich merke mir das so, dass es genau entgegengesetzt ist, wie man denkt. Beim OR-Gatter genügt eine LED am Eingang, um die LED am Ausgang zum Leuchten zu bringen. Das einfachste Gatter ist der Inverter. Er hat nur einen Eingang und kehrt den Pegel einfach um. Aus einem Low wird ein High und umgekehrt. Im Schaltbild wird das durch einen Kreis oder Punkt am Ausgang dargestellt. In der Formel bekommen invertierte Werte einen Überstrich. Y ist gleich nicht A oder Y gleich A quer. Viele Gatter verbinden die logische Verknüpfung mit einem Inverter. Beim NAND-Gatter sind die Eingänge unverknüpft. Der Ausgangspegel wird dann aber invertiert. Jetzt ist der Ausgang so lange auf High, bis alle Eingänge auf High liegen. Also A auf High und B auf High ergibt High. Und invertiert wird daraus ein Low. Genauso gibt es auch ein Nicht-Oder, beziehungsweise No-Gatter. Und das letzte Grundgatter ist das sogenannte Exklusiv-Oder, beziehungsweise XOR. Ich nenne es auch gerne das Entweder-Oder-Gatter. Im Gegensatz zum normalen Oder schaltet es nur am Ausgang auf High, wenn die Eingänge unterschiedliche Pegel haben. Sind alle Eingänge auf High, schaltet der Eingang wieder zurück auf Low. In der Formel bekommt das Oder-Zeichen einen Unterstrich. Oder man zeichnet einen Kreis um das Pluszeichen. Auch beim Exklusiv-Oder gibt es ein Gatter, das den Ausgang invertiert, das X-Nor. Eine Besonderheit sind Gatter mit einem Schmidt-Trigger-Eingang. Hier darf die Eingangsspannung jeden Wert zwischen 0 und der Betriebsspannung annehmen. Der Ausgang schaltet beim Erreichen einer bestimmten Schwellspannung auf Low oder High. Sie sind quasi das Bindeglied zur analogen Welt. Jetzt noch ein paar Hinweise zum praktischen Schaltungsaufbau. Besonders bei hohen Taktfrequenzen sollte man die Versorgungsspannung möglichst nah an jedem Schaltkreis durch einen Kondensator puffern. Ansonsten könnte die Induktivität der Zuleitung bei Stromspitzen zu Einbrüchen der Spannung und damit zu unschönen Effekten führen. Unbenutzte Eingänge sollten immer ein definiertes Potenzial bekommen und nie offen bleiben. Sie sind dann sehr empfänglich für Störimpulse. Ist es egal, ob der Eingang auf Masse oder bei einem Widerstand an Betriebsspannung liegt? Nicht ganz. Bei komplett ungenutzten Gattern wäre es im Prinzip egal. Wenn wir uns aber mal die Inschaltung eines TTL-Gatters ansehen, wird klar, dass durch eine Masseverbindung ein ständiger Eingangsstrom fließt. Damit steigt der Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung. Ein High-Potenzial am Eingang ist besser. Bei CMOS-Schaltkreisen ist das eher egal. Wenn der Eingang offen bleibt, ist er nicht nur störanfälliger, es steigt auch der Stromverbrauch, weil beide Transistoren nicht mehr abwechselnd ein- und ausschalten, sondern halb geöffnet sind. Bei der Beschaltung offener Eingänge an benutzten Gattern muss man etwas genauer hinsehen. Eine Möglichkeit ist, nicht benutzte Eingänge mit einem anderen Eingang zu verbinden. Wenn man beispielsweise einen NAND-Gatter als einfachen Inverter benutzen will, schaltet man einfach beide Eingänge parallel. Ansonsten hängt es von der Logik des Gatters ab, ob der nicht verwendete Eingang auf High- oder Low-Potenzial gelegt werden kann. Legt man den Eingang bei einem UND-Gatter auf Masse, wäre das Gatter blockiert, denn die UND-Bedingung aller Eingänge auf High kann nicht mehr erreicht werden. Hier muss der Eingang an Betriebsspannung. Bei einer ODA-Verknüpfung ist es genau umgekehrt. Ein High-Potenzial am offenen Eingang würde die ODA-Bedingung immer erfüllen. Hier gehört der Eingang an Masse. Offene Ausgänge dürfen aber nicht so geschaltet werden. Das würde die Ausgangsstufe zerstören. Die Ausgänge haben ja einen definierten Pegel, wenn die Eingänge ordentlich beschaltet sind. Ausnahmen sind nur die Schaltkreise mit einem sogenannten Open-Collector-Ausgang. Hier ist der Kollektor des Ausgangstransistors nicht beschaltet. Er braucht von außen einen Pull-Up-Widerstand gegen Betriebsspannung, damit überhaupt ein Kollektorstrom fließen kann. Wozu sind die gut, wenn man jetzt wieder zusätzliche Baulimite braucht? Es können beliebig viele Open-Collector-Ausgänge parallel geschaltet und mit einem gemeinsamen Widerstand verbunden werden. Dadurch entsteht eine Unverknüpfung der Ausgänge. Sobald nur ein Transistor leitet, liegen alle Ausgänge auf Low Potential. Ein High am Ausgang bekommt man nur, wenn alle Ausgänge auf High liegen. Auf die Art kann man ein oder mehrere Gatter einsparen und braucht nur einen zusätzlichen Widerstand. In der Fortsetzung werden wir uns ansehen, wie man mit den Grundgattern eine komplexere Logik aufbaut und optimiert. Und wir werden uns die etwas höher integrierten Schaltkreise vornehmen, also Flip-Flops, Zähler, Teiler, Schieberegister oder Decoder-Schaltkreise. Bis dahin gibt es eine kleine Hausaufgabe. Es wird ganz einfach. So kann jeder aber nochmal überprüfen, ob er das Grundprinzip verstanden hat. Wir haben eine altmodische Alarmanlage mit Aluminiumstreifen in den Fensterscheiben. Normalerweise sind die Kontakte geschlossen. Sobald eine Scheibe zerbricht, ist die Verbindung unterbrochen und es soll der Alarm ausgelöst werden. Alle Fensterkontakte sind mit den Eingängen unserer Schaltung verbunden. Am Ausgang ist eine optische oder akustische Signaleinrichtung angeschlossen. Was für einen Logik-Gatter brauchen wir dafür? Die Auflösung gibt es in Teil 2. Bis dahin. 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 Vielen Dank.